Hallo und herzlich willkommen, liebe Wilder Warcraft Freunde und Freunde von Thomas spielt. Ich starte mein neues Projekt, das letzte war leider nicht so erfolgreich, und zwar mein Lieblingsspiel seit vielen Jahren, Wilder Warcraft. Ich nehme euch mit, mit meiner kleinen blonden Schurkin, auf den Weg zu 110. Ihr sehen könnt, ich habe schon bei 110er, weiß also wovon ich spreche. Allerdings habe ich noch nie in Melee gespielt, deswegen wird es sehr viel spannend. Und wir legen auch mal direkt los. Natürlich habe ich jetzt den Ladebeil nicht gedacht. Ja, ich bin einfach noch ich. Ermutigt durch die Rückkehr ihres Königs und Helden, Varian Brünn, führten die stolzen Menschen von Sturmwind die Allianz im Krieg gegen den gefürchteten Lichtkönig zum Sieg. Obgleich erfolgreich, erwies sich der Feldzug in Nordend als kostspielig und nun versuchen die Menschen ihre strategischen Stellungen auf der ganzen Welt zu festigen. Unter Varians waghalsiger Führung rüstet sich die Menschheit nun für einen erneuten Konflikt mit ihrem ewigen Feind. Der Horne. Mehr noch, nun da der große Kataklysmus die Welt zerreißt, bedrohen erneut alte Gefahren die Heimat. Nun ist es an euch, das Königreich und die Ehre der Menschheit zu verteidigen. Na dann wollen wir doch damit gleich mal starten. Oh, es ist aber noch alles reingestellt. Da ist es ja klar. Bis auf dieses Chatfenster. Ich mag das nicht so groß. Okay, dann starten wir doch gleich mal los. Hütet sechs Worts des Schwarzwaldes, aber... Herbstücke, ganz wichtig. Schattenkunst, Schattenkunst, jetzt dauert das Ganze hier ewig. Schattenkunst, Schattenkunst, einen Dolch und noch ein Dolch. Das ist Hals. Das ist egal wahrscheinlich, ich habe jetzt nochmal Hals. Schmuckstück, immer noch. Äh, Worte geht nicht, Tyrannei. Äh, der Gerechtigkeit, Gött. Zack, 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 zack. Achso, kann ich noch keinen. Doch, kann ich. So, sehr gut. Hier sind wir nochmal ein bisschen besser aufgestellt. Was müssen wir töten? Warks. Warken. Die, oh, halt, Herbstücke. Wurden... Ach, das ist nicht Interface. Äh, doch Interface, klar. Halt und dann. Die Herbstücke wurden nämlich stark genervt. Oh je, das hasse ich, will ich weiß, was das sind. So, dass die nicht mehr ganz so kräftig sind. Aber ich kann mich erinnern, als Level 1 Spieler hat man die mit dem ersten Leap mehr als gewonnen hattet. Ich finde das gut, dass das weggemacht wurde. Also ein bisschen Gefühl für die Klasse. Man muss nicht einfach dann blind draufholzen. Hier seht ihr auch viel, viel Text. Das wäre mal im Verlauf noch zurückgedrehen. Aber was mir hier noch nicht gefällt... Äh, System, Audio. Ich hätte auch gern ein bisschen Musik. Und ich hätte auch gern meinen Shopper. Wie gesagt, es ist nicht mein erster Charakter. Ich habe da schon viel gemacht. Ich spiele das schon sehr lange. Acht Spionne der Schwarzfels Orks. Ist klar. Und die Musik ist auch ganz angenehm. Und das muss ich hier noch abstellen. Und wie bin ich denn eigentlich Ältester? Ich möchte nicht Ältester sein, sondern... Ähm... Kein Titel. Ja, einfach nur Blondie reicht. So, diese ganzen... Oh je, das wird uns in den ersten Räumen... Also nicht in den ersten fünf Stunden beschäftigen. Das ist um hier erstmal alle hier einzustellen. Ach, endlich. Ausweilen. Und das da gefällt mir nämlich überhaupt nicht. So, wo war das? Das war die Grafik. Äh... Erweitert. Nee. 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 Ich suche das immer wieder. Diese Ressourcenanzeige. Oh, One-Hit. One-Hit. Bin mir gewohnt. Dass hier irgendwas One-Hit hätte. Aber wir haben schon... 100... Wahnsinn. Doppelt so viel Leben wie jetzt Level 1-Cross. Das macht ja Spaß. Das Licht sei mit euch. Für die Allianz. So, uns bei den Enden melden. Am Anfang wird halt erstmal durchgeführt. Wie funktionieren die Quests? Was muss ich machen? Das ist ja nicht immer... Schönen guten Tag. Nur stur irgendwas... Äh, irgendwen umschnetzeln. So, wenn wir zum Beispiel jetzt hier noch die Leute heilen. Mit der Rotation da werde ich mich auch noch angewöhnen müssen, was ich von möchte. Und sie haut immer noch mal drauf. Mensch du, ist ja eine ganz herbe. Und die sind Level 3 geworden. Ach ist das schön. Das gefällt mir. Man kann die ganze Story jetzt durchspielen. Wen es interessiert? Balor hat die ganze Geschichte als Balor. Wenn wir das machen können. Ach vorlesen, das kann ich so gut lesen. Vorlesen sind wir uns nicht übel noch. Also diese Ressourcen-Anzeige, die ich nervt tierisch. Kampf. Aha, ok. Ich weiß nicht, was es ist. Kannst du drückenlegen? Individuell, bitte. Ah. Schritt nach links, Schritt nach rechts, nach links. Wenden, nach rechts. Irgendwann, ok. Anschieben. Anschwür. Anschlag mit Breit. Und fahren wir zurück. Also die Quest, ich kenne sie alle. Wer sie durchlesen will. Sollten wir auf Pause drücken. Das ist mal eine Geschichte. Ja, ich will eigentlich mal mit einer anderen Klasse machen. Oder mit den Zwergen dann. Die Questtexte vorlesen. Zwerg, Nacht 11. Taure. Möglichkeiten gibt es sehr viel. Das Combat Lock ist auch noch ein bisschen viel. Oh, ich habe gerade etwas geblockt. Okay. Okay. Damit kann ich auch noch ein bisschen verletzen. Okay. Hier geht's nicht. Das muss also ein Feuer auf diesem Feld sein. Es muss also ein Feuer auf diesem Feld sein. Dann geht's zumindest, wenn wir ein paar wegschneißen. Ich weiß nicht, dass sie gerade vor mir einer durch ist. Aber dann hat sie viel mehr Feuer. So. Und noch eins. Jawohl, Feuer gelöscht. Auf geht's, zurück. Ich habe keine Ahnung, warum ich eigentlich dieses Mount habe. Ich weiß es nicht. Wieso wusste es gar nicht? Ah, Verstorbenheit. Den noch unboxen und dann geht's nach Goldheim. Und ich kann es jetzt schon sagen, das wird auf jeden Fall ein Meuchelschurke. Ich habe mir das persönlich gut gefordert. Oh, da haben wir noch gar nichts. Eieieiei. Ähm. Es gibt zwar keine Vorteile. Man kann sich vielleicht hinten anschleichen. Das ist vielleicht der einzige Vorteil. Zumindest im jetzigen Stadium. Dann fieser Trick oder was das als nächstes kommt. Das hilft dann auch schon ungemein. So. Da weg. Was hat das Kupfer geplündert? Wie ist eigentlich diese Ressourcenanzeige abstellen? Wir setzen mal Kurs her. Genau. Und gucken wir nochmal nach. Ob ich das irgendwo finde. Es war nicht bei... ...Demens. ...Siebzenkopf. Aber nicht hier. Was sind wir da noch im Schauen. Seid gegrüßt. Oh, 17 Kupfer, 17 Kupfer, Sieger. Ziehe den Ehrenfreund. Wird gegrüßt. Mal gucken, was muss noch da denn? Jeder Götter kann man noch anlegen. Hose haben wir schon. Handgelenk brauchen wir noch. Handschuhe brauchen wir noch. Umhang muss ich noch kaufen. Ähm, Level-Umhang. Jetzt... Auf nach Goldstein! Bei der Ummenge habe ich den für die Caster. Wie gesagt, ich bin nicht so der Melee-Freund. Aber ich möchte es gerne probieren. Der einzige Melee, den ich habe, ist ein Druide. Das ist ein Tank. Der steht halt auch nur vorne rum. Und lässt sich böses Fell versorgen. Hat den Hintern versorgen. Sieben Kupfer, äh, sieben Silber haben wir schon verdient. Wow! In der Gilde bin ich nicht. In der Gilde möchte ich nicht rein. Nur in Ruhe. Leveln. Weil ich es gerne mache. Ich geh malAR oder ich Grüße. Seid vorsichtig. Ehre dem König-Freund. So, dann kann mal hier das第一個 Mal in die große Stadt. was braucht ihr hilfe für die allianz so genau was kann ich für euch tun man sieht was kann ich für euch tun mögen eure reisen sich erst 1.000 goldheim hier ist um einiges los zählen goldheim und den hohen stein legen wir hierher wenn wir in der tiefsten mine sind kommen wir schnell schnell wieder raus jetzt noch ist das war die überliegt in der luft was kann ich für euch tun allerdings nur bei world of warcraft blieb in der luft was kann ich für euch tun er schickt uns jetzt jetzt fliegen wir aus von der runde genau auf nach stürmend argus notiz das gegenstand ich dachte ich könnte es lesen wir schon mal üben dann die nächste serie das denke ich mal hier mit einem zwerg welche klasse ist die folge aber davon später mehr es ist die erste folge der neuen serie mal schauen wie weit wir kommen oder wie weit ich kommen wie die resonanz ist ich freue mich zumindest gern auf feedback beziehungsweise auch verbesserungswünsche verbesserungsvorschläge das wäre sehr schön seid gegrüßt franklin martin frank martin der transporter hier ist was ist das da stehen wir nicht ab dem tisch hier der ist ich liefere nur feinste wagen hände hände für die Jetzt wird es zurück zum Greifenmeister und dann kann man den Wald von Elvin säubern. Also wir fragen noch zu den Add-Ons, die ich nutze, tun wir es auch wie ich sie einstelle. Ich möchte das natürlich auch gerne fragen. Ich bin doch gerne offen, ich habe noch keinen Druidenheiler, fällt mir gerade ein. Oh, was Schlimmes. Der Greifen wird nach Goldheilen, jawohl. Das Licht singen. So und jetzt können wir mal gucken, wo diese Anzeige ist. Licht gibt die Griese hier. Außenquote erweitert. Ich verstehe es nicht. Naja. Egal. Dann geben wir das Quest noch ab. Perfekt. Lager geflogen. Und Tuchlederismus-Händler haben wir hier auch. Okay. Einen Beruf werden wir in der nächsten Folge wählen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wem es gefallen hat, gerne einen Daumen oder ein Abo. Dieses Jahr ziehe ich jetzt wie gesagt durch bis auf 110. Dann schauen wir mal weiter, bis es weiter geht. Vielen Dank. Gehabt dich wohl. Bis zum nächsten Mal. Euer Thomas. Nochmal aus. Wo herzlich rein. texto. Po принципе rein.